Bauen, das ist Leidenschaft, Emotion, nach vorne blicken, Zukunft gestalten. Wir bei PERI helfen bauen. Unsere Produkte machen die Arbeit am Bau wirtschaftlicher, schneller und sicherer. Dies ist unsere Mission, unser Antrieb und der Motor unseres Erfolges. Seit 1969. Wir sind einer der weltweit führenden Hersteller von Schalungs- und Gerüstsystemen. Mit unseren Innovationen setzen wir Maßstäbe. Durch neue Bauverfahren und Materialien, effiziente Lösungen und Innovationen für die Sicherheit. PERI-Produkte für einfachen Arbeitsabläufe und zeichnen sich durch einfache Handhabung aus. Doch wir bieten weit mehr. Rund um unsere Produkte unterstützen wir unsere Kunden durch ein umfassendes Dienstleistungsportfolio. Engineering, Vormontage, 3D-Design, Softwarelösungen, Finanzierungsmodelle und vieles mehr. Bei uns gehören Produkte und Dienstleistungen zusammen und das macht uns zum richtigen Partner für alle Unternehmen. Vom familiengeführten Handwerksbetrieb bis zum internationalen Konzern. Ganz gleich wie klein oder wie groß, wie einfach oder wie komplex. Unser Ziel ist immer das gleiche. Der Erfolg Ihres Projektes. Hand in Hand mit dem Kunden entwickeln unsere 1300 Ingenieure technische Lösungen, die den Materialverbrauch und den Bauablauf optimieren. Vormontierte Produkte sorgen für eine Steigerung von Produktivität und Profitabilität und erhöhen die Kostensicherheit. Zum Einhalten von Budget und Zeitplanungen bietet PERI eine professionelle Begleitung und Beratung über den gesamten Projektverlauf hinweg an. Dabei nutzen wir die enormen Chancen, die sich unserer Branche durch die Digitalisierung eröffnen. Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit unseren Kunden den Weg in die digitale Zukunft des Bauens zu gehen. Wir sind ein modernes Familienunternehmen. Unsere einzigartige Kultur ist die Voraussetzung für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Möglich wurde dieser Erfolg, weil viele Menschen Herausragendes geleistet haben. Unsere Werte, unsere Erfolgsfaktoren und unsere klare Strategie sind die Grundlage und Leitlinien für uns, um die Erfolgsgeschichte von PERI weiter fortzuschreiben. Nach vorne blicken, die Zukunft gestalten, Verantwortung übernehmen. Diese Haltung war und ist wesentlicher Erfolgsfaktor von PERI. Offenheit für Neues, unternehmerischer Mut und Verlässlichkeit in unserem Tun. Das können Sie auch in Zukunft von uns erwarten. Denn eines ist sicher. Menschen werden immer bauen und ihre Umwelt gestalten. Und PERI wird Sie dabei als zuverlässiger Partner unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017